Willkommen zu Industrie 4.0 bei Bosch Rexroth. Entdecken Sie die Möglichkeiten von Industrie 4.0. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr Traumauto konfiguriert. Wir zeigen Ihnen, wie dieses Auto im Industrie 4.0-Werk produziert wird. Gehen wir hinein. Die Konfiguration wird an den Hersteller übermittelt. Die Informationen fließen in zwei Richtungen. In der Fabrikhalle werden Maschinen und Mitarbeiter zugewiesen. Gleichzeitig erhalten Zulieferer Informationen über die benötigten Materialien. Hersteller und Zulieferer bilden ein Wertschöpfungsnetz. Die Produktion beginnt mit dem Fahrgestell. Wie alle Materialien erhält es ID-Tags. Damit werden alle Teile selbstständig durch die Fabrik geleitet. Das sorgt für maximale Effizienz, da alle Produkte stets zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Sobald das Fahrgestell die Arbeitsstation durchläuft, wird sein ID-Tag ausgelesen. Die Daten werden an den cloudbasierten Server und die interaktive Kommunikationsplattform, das Active Cockpit, weitergegeben. Sie trägt alle Spezifikationen und Anforderungen für Ihr Fahrzeug zusammen und zeigt an, was produziert wird. Das Active Cockpit sammelt, verarbeitet und visualisiert die Daten der Produktionsstraße in Echtzeit. Es verbindet Mensch, Maschine und Produktionsablauf. Unser Autohersteller hat auch das Active Assist implementiert. Es unterstützt den Arbeiter beim Einbau von Teilen im Fahrzeugcockpit. Auch Montagewerkzeuge werden intelligenter und vernetzter. So verfügt der Nexo Funk-Akkuschrauber über eine Anbindung an alle relevanten Daten. Der Nexo bestimmt automatisch die exakte Position der Schraube und schließt somit Montagefehler aus. Nehmen wir einmal an, Sie möchten Ihre Sitzauswahl ändern. Kein Problem. Dank Industrie 4.0 liegen dem Fahrzeughersteller Echtzeitdaten aus dem gesamten Produktionsprozess vor. Die Änderung wird vorgenommen, dem Kunden bestätigt und die Bestellung an den Lieferanten versandt. Nehmen wir nun an, dass es in einer Maschine zur Störung kommt. Da sie Teil der Industrie 4.0-Plattform ist, weisen die von der Maschine erzeugten Daten bereits darauf hin, bevor die Störung überhaupt stattfindet. Der Bediener erhält einen Hinweis und kann den Service von Bosch Rexroth kontaktieren. Und stellen Sie sich schließlich vor, Sie müssen die Maschine reparieren. Sie müssen keine Handbücher mehr wälzen, sondern können sich einfach via Videobrille mit dem Service von Bosch Rexroth verbinden. Dort steht virtuell ein Fachmitarbeiter bereit, der Sie durch die Reparatur führt. Alles ist bereit, selbst Ihre in letzter Minute vorgenommenen Änderungen und das ohne jede Lieferverzögerungen. Viel Spaß mit Ihrem neuen Auto. Vernetzte Automatisierung in der Fertigung ermöglicht schnellere und flexiblere Produktionsprozesse. Bessere Qualität, effizienteren Materialeinsatz, einfachere Abläufe und weniger Ausfallzeiten. Keine Zukunftsvision, sondern bereits Realität. Bosch Rexroth unterstützt Sie bei der konkreten Umsetzung von Industrie 4.0. Jetzt.